Ja, hallo, liebe Gäste der Vespa-Kirche, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir tun ungewöhnliches in dieser Kirche. Wir essen und trinken, wir sprechen und lachen, sind traurig und suchen vielleicht einen Gesprächspartner, eine Partnerin. Wir tun Ungewöhnliches im Angesicht Gottes. Ich weiß, dies hier ist ein heiliger Raum, einer, der es uns ermöglichen will, Gott zu spüren, ihn zu ehren. Aber wer ist Gott? Wie können wir von ihm sprechen? Wir sind doch Menschen. Wir können ihn nicht erfassen. Unsere Gedanken und Vorstellungen reichen dazu nicht aus. Was machen die heiligen Schriften in dieser Frage? Was die Tora, was unsere Bibel und was der Koran, die heilige Schrift der Muslime? In der Tora der jüdischen heiligen Schrift, unsere christlichen Vorfahren haben sie übernommen und altes Testament genannt, bindet Gott sich in der Zeit, als es noch kein Volk Israel gab und die Menschen Nomaden waren an Menschen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, stellt er sich immer wieder vor. Er zieht mit den Stammvätern und ihren Sippen mit. Als Mose den Auftrag bekommt, die Hebräer aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen, fragt der, was soll ich antworten, wenn die Leute mich fragen, wer du Gott bist? Er antwortet, ich heiße, ich bin da. Und als Elia auf der Flucht in der Wüste verzweifelt, begegnet ihm Gott nicht dem gewaltigen Sturm, nicht dem Beben und nicht im Feuer, sondern dem leisen Wehen des Windes. Alles Versuche, Gott zu beschreiben. Und unser Neues Testament, es erzählt, Gott sendet Jesus Christus, seinen Sohn, in die Welt und macht deutlich, Jesus Christus ist das Wort Gottes, an ihm wird die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen erkennbar. Und was sagt der Koran? Er ist die jüngste heilige Schrift von den Dreien. Dem Verkünder des Koran sind die Texte von Tora und Bibel bekannt. Er nimmt vieles aus ihnen auf, um seine Zeit, um die 620 nach Christus, zu deuten. Er ruft die Menschen zum Glauben auf und Gott mit seinen schönen Namen anzurufen. Gott hat nach dem Koran 99 Namen. Ich kann sie nicht alle aufzählen, das dauert zu lange. Aber zwei doch, Al-Arahman und Arachim. Der eine beschreibt die liebevolle Sorgen der Zuwendung Gottes, die unterschiedslos allen Menschen gilt. Und der andere beschreibt die Sorgen der Barmherzigkeit Gottes. Sie ereignet sich im Dialog mit den Menschen. Gott gibt sie denen, die dafür offen und bereit sind. Ja, wir können Gott nicht erfassen. Ich auch nicht. Und will Gott damit die Ehre geben. Wie die Menschen, die diese Kirche zur Ehre Gottes erbaut und erhalten haben. Ich möchte es immer wieder tun und lade sie ein, es mit mir zu tun. Amen. 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 Amen.